Willkommen, Willkommen, Willkommen zurück zu einem lustig Favro Neues Play! Diesmal mit mehreren Leuten, ganz viele am Start. Wir haben meinen Freund Luki immer noch. Nein! Wir haben den Lukas Demke, den kennt ihr von damals. Demke? Demke, tut mir leid. Wir haben den Ploxy wieder bei. Oh, ich habe die Waffe vergessen zu wechseln. Hey, du geile Schnitte, du. Und wir haben der Johnny. Hallo YouTube. Deutsche Sprache Arsch, der Johnny. Hallo YouTube. Hey, wir haben auch YouTube da, habe ich ganz vergessen. Boah, drehe ich mich in eine Richtung? Nein, ich habe noch jemanden vergessen, Kinder. Wir haben, ich buchstabiere es mal, 3ER 4K. Bist ganz leise. Ähm, ich renne hier mal durch. Wir haben die Map vor über 100 Folgen oder so des Play, Sven. Ja. Oh, scheiße. Das ist Wizard Book von Ertschiller, da hat es auch einmal überarbeitet. Ertschiller, klingt ja immer noch. Komm, killt mich, ich will hier nicht die ganze Zeit so rumstehen. Oh, ich habe voll, ich habe voll der Pro, ähm, wer. Was schreibst du mir denn die ganze Zeit? Ich werde voll der Pro mit der Wasp. Tut mir leid, dass ihr vielleicht Tastatur gehört habt. Das ist ja jetzt aber ganz schnell. So, der User joined your Channel. Alter, ihr sollt nicht alle ineinander reden, Kinder. Genau, Buddy. Ja, Buddy. Äh, hey, Lalo Meisi. Willkommen zu einem neuen Display, auch mit Lalo Meisi diesmal. Oh, der kam aber, ich wusste auch nicht, wie ich gekillt habe, aber das kam so spät. Das ist aber eine Folge, wo wir alle viel dabei sind. In diesem Let's Play werde ich vielleicht, höre es wahrscheinlich, auch die, oh nein, Bloxy nicht. Bleibt da stehen, Bloxy. Ach, nein, Bloxy, Hilfe. Boah, Alter. Ich will den Kriegen, ja. Angeschossen, ich kriege es. Hilfe, schnell hinter Baum verstecken und der Lalo Meisi ist ein bisschen verrückt. Ja, ich weiß. Ach, das war vor, äh, eigentlich vor drei Folgen, so. Die, die Folge vor drei. Ach, Mann. Oh, ich nehme jetzt Snake. Ich weiß gar nicht, wie der Johnny aussieht. Der ist in meinem Team, ne? Ne, doch nicht. Ich öffne Nate rüber. Ich weiß gar nicht, Doppelzoom machen, das ist nämlich die, wie heißt die Waffe noch gleich? Äh. Nein, Alter. Warte jetzt. Ich komme nicht auf den Namen. Rentierarmbrust. Rentierarmbrust, danke. Freunde, Freunde, Bloxy. Hier komme ich raus, ne? Ja, gut gemacht, er hat schon dafür. Hecker-Tools, wieder Kickwurz. Widerspruch, kommt, mach mit, Widerspruch. Habst du gestimmt? Nein. Du bist so geil. Johnny kill mich mal. Oh Mann. Da ist er ja. Komm hier nicht raus. Hä, wie? Äh, ich bin hinter den Blättern, Junge. Bestimmt auf dem Mikrometer. Ja, hab ich. Irgendwie jemanden treffen darf. Wo ist der Lane? Nein. Da kann man jeden, oh, das ist ja die reinste Farming da hinten. Oh nein. Jetzt, ich hätte beinahe Lado gekriegt. User joined your channel. Okay, das ist zu schnell. Hä, ich dachte, das wäre Plexi gewesen. Aber wenn ich, ha, ha, ha. Fluxy. Na okay, ich muss nichts an der Montage sagen. Ich verstecke mich wenigstens nicht. Aber an alle YouTuber aus meinem Kanal. Von hier aus kommen auch 10 für die eine Montage vielleicht. Höchstwahrscheinlich, sehr höchstwahrscheinlich. Aua, ich werde angeknallt. Boah, ich muss nicht mal lauter. Herzschlagradam wird es jetzt bringen. Auf jeden Fall. Darf ich auch ein Let's Play machen? Klar, fang direkt an, mitten im Let's Play. Oh yeah. Oh Mann. Wirst du zustimmen? Wirst du zustimmen? Also die Waffe ist eigentlich ganz nett. Ich sehe keinen großen Unterschied zur Snake. Da braucht man genauso gut wie... Komm, wieder raus. Oh, Plexi. Da müsst ihr zustimmen, dass ich machen soll. Also wenn man auf Headshots achtet, ein bis zwei Schüsse. Bei Premium-User so ungefähr drei Schüsse. Ist genauso wie bei der Snake. Ich sehe keinen Unterschied. Und die Waffe ist auch nicht geupgradet. Das ist der Vorteil. Wahrscheinlich ist die Rentierarmbrust besser. Aber ich würde die Snake empfehlen wegen dem Doppelzoom. Die Rentierarmbrust hat aber 0,5 mehr Feuerrate. Also ist sie doch besser. Komm, wieder raus, Plexi. YOLO. Nein, verdammt. Na ja, keine Ahnung. Und er schreit einfach nicht so hoch. Darf ich jetzt Let's Play machen? Naja, dann... Ich empfehle sie einfach mal ein bisschen weiter. Kommt dann auch auf den Preis an. Ich weiß jetzt nicht, welche Waffe teurer ist. Ich nehme mal an, die Rentierarmbrust. Aber bei 150 Rüstungen und Wilkshot hat er trotzdem noch ein Leben. Nein. Ja, ein HP. Ja, dann... Und bei Snake Selten 7. Ja, Snake Selten hatte ich noch... Ich glaube noch nie. Ah, oh. Ich hab hier die Snake Selten nochmal gewonnen. Doch, vielleicht hab ich... Ich hab die einmal gewonnen für sieben Tage. Ich hab die einmal gewonnen für sieben Tage. Ihr heult, beide. Alter, das leckt ein bisschen. Darf ich jetzt ein Let's Play machen? Ja, ja. Ich hab ohne LP 20. Achso, klingt was an. Darf ich jetzt ein Let's Play machen? Ja, macht doch einfach mal. 3 ER 4K, ne? Oh, ich mach dann jeder. Ich schlag auf Landay ein. Jetzt nicht, jetzt nicht. Bis gleich. Gleich. Das ist jetzt doof. Ich wollte eigentlich mal ein Hi sagen, aber... Ich mach jetzt... Darf ich? Nein. Ich mach jetzt Let's Play. Das wird aber dann nur kurzes Let's Play diese Runde, aber dafür... Ein Let's Play halt. Folge 181 ist das. Wer macht Let's Play, meinetwegen? Ist mir egal. Willkommen zu einem neuen Let's Play Brickforst. Willkommen zu einem neuen Let's Play Brickforst. Nehmen wir zu Orion. Heute mit Jonny, Foxy, Seno, Dendrax, Landay... Achja, schön, Sean. Hi, Sean. Lamex und ISRP. Dendrax. Ich bin nicht Lamex. Dendrax. Lamex. Hallo. Ich bin Lamex. Hallo. Ich bin Lamex, Dendrax. Du bist auch da? Hi. 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 Teine hässlich. Okay. Ja, immer noch. Hey. Auf den größeren Wug. Er ist auch hier. Mit... Ja, mein Account wurde gaggt. Hä? Was? Mit der Wurst. Ja, mit... Ja. Mit der Wurst. Wir freuen uns... Wir freuen uns alle. Wir feiern es, dass dein Account gagt wurde. Ja. Jaa. Ah, alter. Was war denn das jetzt für ein Leck? Aua. Jaaaaaaaaaaa. Ei, komm wieder raus, Sean. Wie пропelt ihr diesen Bug auf einmal? Die Map von Erdschiller? Alter, spielt nicht mehr in uns oben. Prozent und die 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 auch die die soziale Schilder das ist das mit Sniper ungefähr der Verhältnis und die um was Prozent Proxie eine Monier alle welche Sniper ins hast du gerade wir fliegen da auf dem Ogg er hat hat das so erhält aber er er ist das dahinten Das war der Johnny! Okay. Ja, der hatte keine Money mehr. Mein Ball jetzt. Okay, zu wem kommen wir denn jetzt zu? Ey, wer hat denn den Drachenzauberstab oder Drachenzauberstab wieder heißt? Ist das, ist das so ein, äh... Oh yeah. Guter K... Aua. 2 zu 10. Das ist doch so ein Zauberstab, mit dem man aber nicht im Nahkampf kämpft, ne? Mit so Zauberstößen. Hab ich die Map bewertet? Von AirChiller Wizard Book, ja. Dann, das war ein richtig geiles... Das war eine richtig geile Folge, Kinder, ne? Und ich muss noch weiter. Na dann. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt ihr einen Daumen hoch, was ihr nicht auf meinem Kanal machen könnt. Und, ähm... Oh, jetzt könnt ihr auch sehen, dass ich wieder Funkens hab. Oh, ist das geil, ist das geil. Und Lalo Mais, sie ist auch in der Beschreibung. Und 4R, ne? 4R, oder was war das? Wo ist er denn? Keine Ahnung. Und Ploxy ist auch in der Beschreibung. Ganz selten Videos. Und der Johnny, du hast doch auch einen YouTube-Kanal, ne? Mach aber keine Videos. Aber er ist auch in der Beschreibung. Und wir singen noch... Und wir singen noch mal für euch. Äh, Lukas, du hast keinen Kanal, ne? Äh, doch, aber ich mach keinen Videos. Und der ist auch in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal und tschau!